Also, nur bei Bakopa machen wir jetzt schon seit 13 Jahren sehr vertiefende Seminare zum Thema Schamanismus, wo wir einzelne wesentliche Aspekte beleuchten. Das heißt, an so einem Wochenende, Samstag, Sonntag, kann man wirklich sehr tief eintauchen. Und nächstes Jahr ist das Thema vom 27. bis zum 28. Februar 2021. Schamanische Heilrituale und Heilmethoden. Und das ist sicherlich für viele Menschen interessant, die auch schamanische Elemente in ihre Heilberufe integrieren und die gerne wissen wollen, wie die Schamanen mit bestimmten seelischen Problemen umgehen und wie die mit ihren Ritualen an alle fünf Sinne, die wir haben, appellieren, damit der eigene Körper seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Heilrituale sind wichtige sinnstiftende Verhaltensweisen, die sowohl für den Heiler als auch den Patienten klären, in welchem Zustand der Patient mit dem Rest des Universums sich befindet. Und deswegen sind die Heilrituale auch immer gleich eine Dramatisierung, eine Art Theater, das die Äußerliche sichtbar macht, was an inneren Prozessen stattfinden muss, damit die Krankheiten und Leiden, die ihren Ursprung im Geist oder in der Seele haben, erfolgreich behandelt werden können. Und darüber wird das Seminar dann viele Beispiele bringen und Aufklärung schaffen.